In euer Name Milan Neumann. Es geht um Betrug und Wettmanipulation im Sport. Wir sind unter dem hier, Azzogolc. Wir und sein serbischer Clan haben Erpressungen, Körperverletzungen, vielleicht sogar Morde in Auftrag gegeben. Sie gehen ab jetzt jeden dritten Tag ins Galaxis und setzen, bis man sie an einen Laden weiterreicht, in dem die wirklich großen Sportwerden laufen. Hier, geh da hin und gib dem Buch noch eine Karte. Ist hier frei? Brauchst du einen Tipp? Da war ein Typ aus Ihren Akten. Luca Morda war die. In einer Woche werden sie und Luca Freunde. Hm. Wie das? 10.000 für einen Foulungsstrafe. Oh! Du hast dich ein bisschen zu weit reingegangen, ne? Rang! Ah! Das wird Goeltsch nicht unbeantwortet lassen. Ich will raus. Was? Was machen wir weiter? Der Turk... will have to die. Mein Vater will, dass du dabei bist. Ich kann keinen Menschen tun. Du bist doch einer von uns. Das ist nicht. Das ist, der karte ist. Das war's. Der Platz ist einiger Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020